Tragischer Vorfall im italienischen Fußball. Am 1. Juni veranstaltete Amateurkicker Giuseppe Perrino, der es bis in die 4. Liga schaffte, zu Ehren seines vor drei Jahren verstorbenen Bruders Rocco ein Benefizspiel. Doch das Match nahm für den Organisator ein bitterböses Ende. Perrino erlitt einen Herzinfarkt, konnte nicht mehr reanimiert werden und starb. Die Geschichte, die sich in der Gemeinde Poggio Marino ereignete, bewegte sogar Erstligist Parma Calzico, der sich via Twitter zu Wort meldete und Beileid wünschte. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020